So richtiges Zeug wie Diamanten oder Gold, was natürlich auch sehr schön wäre. Nicht. Das ist natürlich etwas schade. Aber naja. Also mach mal. Aha. Aha. Schau mal her. So, da geht es ja auch noch weiter. Oh. Ich glaube, hier kommen wir zur Lava, die wir vorhin einmal gesichtet haben. Oh, ganzer Lava, sehe ich Kohle. Kohle, oh. Oh. Bloß nicht runterfallen. Au. Diamant. Diamant. Yay. Perfekt, Diamant. Oh, Kohle. Wenn ihr mich da mal schreien hört, dann bin ich in die Lava gefallen. Schreien und dann weinen, weil ich Diamanten an Bord habe. So, erstmal einen kleinen Snack. Okay. So. So. Jetzt müssen wir uns mal merken, wir sind hier runtergefallen. Tun wir hier eine Fackel her, dann können wir uns das recht gut merken, würde ich sagen. Redstone gedönst, guck mal, Redity Redstone, ist natürlich wunderbar, und Eisen. Ach, ist nicht fast ein Block, Angst. Es hat sich ja echt gelohnt, in die Hölle hier reinzugehen. Nochmal. Jetzt sehe ich natürlich nicht, was da hinten ist. Ob es sich da hinten weiterlaufen wird, weiterzulaufen. Ah, nein. So. Machen wir mal hier einen Weg her. Gold. Gold, Gold, Gold. Gerade da oben an der Decke, das wird genau in die Laufe fallen. Über Shift kann ich jetzt natürlich hier mal so ein kleines Brückerl bauen. Oh, Diamant. Diamant, da muss ich hin. So, mal kurz an der Nase gekratzt. Die juckt zur Zeit so. So. Hier auf keinen Fall runterfallen. Wäre nicht so empfehlenswert. Dann gibt es gegrillten Crocs. Aber die Kohle nehmen wir noch mit. So. Mensch, Kohle. Lass dich schneller abbauen. Du kannst dich eh nicht wehren. Du hast keine Chance gegen meine Spitzhacke. Wenn du weg bist. Bist du eingeschmolzen. Bist du zum Einschmelzen benutzt. Das war natürlich nicht gut. Und da drunter wird auch Lauer sein. Jip. Gehen wir da her. Ist natürlich nicht schön. Jetzt nehmen wir mal hier. Wieder über die Shift-Taste. Baue ich mal so her. Miste ich hier eigentlich. Recht gut. Herkommen. Dass ich so noch einsammeln kann. Ja. Ist nicht so ein kleiner Trick. Stell es dich so hin, dass du nicht unbedingt dann runterfällst. Wenn du den Block abbaust. So, das ist super. Ah, den. Den konnte ich nicht mehr retten. So, das ist Müll natürlich da. Ich muss wieder rüberkommen. So. Schon wieder Kohle. Das gibt es doch nicht. So viel Kohle, hey. Okay. Jetzt sind wir ja schon wieder Level 13. So. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass da... Ich hasse euch Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse einfach. Die sind nur nervig. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass da doch noch irgendwo paar Diamanten sind. Aber wir kommen wieder da raus, wo wir hier das Baut haben. Also. Das restliche Zeug ist mir jetzt leider etwas zu gefährlich zu holen. Oder? Komm. Holen wir auch noch. Wie es ausschaut, geht es dahinter auch noch wieder in den Raum rein. Irgendwohin. Hm. Irgendwie habe ich nicht unbedingt Lust, dass es gleich heißt. Alex, try to swim in lava. Was bald. Was vielleicht. Was ist da hinten. Eisen. Ich würde fast sagen, ich baue nicht mehr bis zum Eisen. Darüber. Das ist mir zu aufwendig für ein bisschen Eisen. So. Hier kommt auch schon wieder Wasser rein. Bin ich denn jetzt gelandet. Ah, nicht schlecht. Brauche ich erstmal hier ab. Hoffentlich finden wir nur hier wieder raus aus der Höhle. Und das ist natürlich genau auf Lava-Höhe. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Ich sehe Redstone. Ich sehe Redstone. Ich würde ja fast sagen. Trick 13. Mit Shift vorgehen. Und zack. Abbauen. Ja, okay, es ist nur Kohle. Also eher unwichtig. Hauen wir wieder eine Fackel her. Das kommt sowieso auch schon von ziemlich weit oben. Entweder jetzt hat er dann aufschwimmen oder wir versuchen es hier schon irgendwie zuzubauen, was jetzt nicht funktioniert hat. Was jetzt nicht so wirklich funktioniert hat. Die Ideen sind nicht mal so schlecht, die ich habe. Aber sie funktionieren nicht immer. Geh raus. Wasser, du hast keine Chance gegen mich. Aua, ich habe es gewusst. Also wieder einmal in den Aufwärmung ins Wasser. Jetzt lassen wir uns vom Wasser runter treiben. So. Wir haben keine, nicht genug Pflastersteine für den Ofen. Tja, dann bauen wir den Pflasterstein mit der Hand ab. Wir brauchen acht Pflastersteine. Das funktioniert nicht. Na toll. Egal, dann bauen wir uns mit was Tiggis. Schnell eine Holzspitzhacke. Kann ich Pflasterstein schon mal abbauen. So, ich muss nebenbei eine rauchen. Setze ich gleich da mal den Ofen her. Zack, rein. Drei Eisen. Warte mal, warum mache ich das so umständlich? Ich habe doch Diamant. Kommt mir gerade so. Mir kommt es doch gerade. Ich habe doch schon Diamanten eingesammelt. Mach ich so? Genau. Är das teilweise immer so gut? Ich habeJa. Vielen Dank.